Ja, meine Solderi, meine Solderi, die... Oh, ist das ein Meteoritensturm? Ja, du kannst jetzt Meteoritensturm casten, das ist gut. Ah, ich weiß aber immer noch nicht, wo die Zwerge sind. Da, Magier, töte den Troll. Da ist die Zwergengilde, sehr schön. Ja, ich weiß nicht, wo die Zwerge sind. Ja, ich weiß nicht, wo die Zwerge sind. So, ich sammle langsam wieder mehr Geld, das ist wichtig, weil sobald der Drache auftaucht, sollte ich auf den 5000 Gold Rewards setzen. Das ist sehr gut, dass wir ein Agrela-Tempel haben. Sollten nämlich unsere High-Level-Leute jetzt fallen, können wir sie dann wiederbeleben. Und wir können Leute heilen. Das war nicht das, was ich beabsichtigt hatte. Habe ich jetzt gerade wieder den Troll gebufft? Ja, so geht's auch. Oh, der Zweck quältet uns jetzt ab. Das ist doch auch nicht schlecht. Ich könnte Ballistatürme bauen, bringt mir nur nicht so viel. Ah, ich habe eine neue Fountain gekriegt. Okay, sehr schön. Ach, wie reizend. So. So, dann machen wir jetzt mal das Ding hier kaputt. Speichersicherheitshalber mal. Keep it coming. Ja. You have destroyed the hidden sword, so I'd send heroes to retrieve the magic sword, ja. Your heroes have obtained the magic sword, however one magic sword is going to very far. Perhaps the dwarves can help you. The dwarves have duplicated the magic sword. They have destroyed copies to all of your heroes in your kingdom. Now it's time to deal with that vendor problem. Yo. In the name of the sovereign. So, das heißt... So, das heißt... Vor allem. oot. My servant tends! Wind is fave. Ag paradise. Figure safe out. Sie behagen ihn zum Glück schon mal ziemlich gut. So, die Drachen. Sie sind jetzt größtenteils zerlegt. Bis auf dich. Oh, und Vendril ist auch weg. Yay! At last, Vendril ist dead. Julek's Prophecy is complete. Ardania's wisest mind shall unite its strongest bodies and with magic forged steel forever rid our skies of the winged death. Ja. 17 Gebäude verloren, 17 Helden verloren. Gut. Damit haben wir Slay the Mighty Dragon abgeschlossen. Und haben eigentlich nur noch The Day of Reckoning übrig. Gut. 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 Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Von dem Video an der linken Seite. Achtet mal da drauf, während ich den Text scrolled und lese. Ja, wenn man nämlich richtig gesehen hat. Und wir müssen gegen alles antreten. Zuerst haben sie den Ogre gezeigt, den wir in den Fertile Plains besiegt haben. Dann die Lich Queen, dann den Witch King, dann die Dreiköpfige Bestie, die wir bei Free the Slaves besiegt haben. Und dann war da noch unser Drache, den wir gerade verdichtet haben. Ja. Ja. Survive the answer to all the most evil creatures in the realm. No temples of any kind or non-human dwelling may be built. Okay. Ja, und der Ogre ist schon beim, äh, beim Rumkrakehlen. Wir haben aber mächtige, mächtige Helden sehe ich gerade. Ja, 50er Helden. Jedenfalls zwei Stück. All the temples and ranks of the non-human races have so far refused to take sight in this conflict, but you may still be able to fight them and pursue them to join your cause. Ja. Oh. Und Helden sind Level 5, wie ich sie ausbilde. Ja, ich habe ziemlich viele Gebäude außenrum. In the name of the sovereign! Ja, ich hoffe. Abderazak! Was ist das so? Majestät, das Palais ist unter Siedlung! Ja, ich muss erst mal gucken, dass ich den da loswerd. In the name of the sovereign! Der greift mich gleich als erstes an. Sovereign! Ein Gebäude hat sich aufgebaut. In the name of the sovereign! Wieso wurde gerade mein Marktplatz, äh, also meine Schmiede instant mit einem Blitz getroffen? Your Majesty! Our new building is complete! This is my realm! Ah, nee. Und da kommt schon... The Witch King? The Witch King? Sovereign! Your Marketplace now serves you better! Also der 50er ist noch am Leben. Was ich gut finde. Ist das die... Witch Queen, die gerade so angibt? Also der Witch King, der gerade so angibt, meine ich. Die neue building is complete! In the name of the sovereign! Your Majesty! A new building is complete! My service is end! My service is end! My service is end! A newly discovered outpost has agreed to join your kingdom! Majesty! Oh, Zwerge und Elfe! A newly discovered outpost has agreed to join your kingdom! Majesty! The local blacksmith offers new services! Das ist schon mal gut! As done for! In the name of the sovereign! Your Majesty! A new building is complete! Ich frage mich nur, wo gerade der Witch King ist, weil das ist der Witch King, der die ganzen Spinnen herbeiruft und mir auf den Hals hetzt. Und der Razzak! My power grew! I serve with the... Sovereign! A building has been upgraded! Kann ich jetzt eigentlich Sachen bauen? Eigentlich kann ich nur Ballister-Türme, aber... In the name of the sovereign! What's that sound? Your Majesty! In the name of the sovereign! Ich wüsste gerade wirklich gern, wo dieser Witch King-Bastard ist. Sovereign! A building has been upgraded! Sovereign! Your marketplace now serves you better! Majesty! A newly discovered outpost has agreed to join your kingdom! Bis zum nächsten Mal.